so hier bin ich wieder heute machen wir mal das vierte tutorial zum thema blöcke und rückmelder mit die behalt verwenden um ein blog zu belegen wir hatten beim letzten mal hatten wir hier die an diesem beispiel einfach mal einen rückmelder pro blog eingesetzt und und das wollen wir jetzt mal ändern ja also es gibt einerseits die möglichkeit einen rückmelder pro blog zu verwenden es gibt aber auch die möglichkeit das beschreibt der freiwald in seiner bedienungsanleitung auf der seite 175 folgend bis 100 circa 178 79 und dort wird beschrieben dass man halt zum beispiel auch drei rückmelder für einen blog verwenden kann was eigentlich die sinnvollere weise ist weil man halt da viel genauer mit arbeiten kann man hat mehr anzeigemöglichkeiten also ja das wäre so gesehen vielleicht die bessere methode hat vielleicht den nachteil dass man natürlich dann die dreifache anzahl an rückmeldern benötigt okay aber wir machen das mal so ich habe hier schon ein klein bisschen geändert und schon ein bisschen vorbereitet oder wie es so schön heißt habt ihr mal was vorbereitet und dann fangen wir gleich mal an vielleicht eine sache noch beim letzten mal hatte ich ein problem mit kopieren was ich euch zeigen wollte das ging nicht und deswegen ging deswegen nicht weil ich halt nicht im editier modus bin also wie gesagt der editier modus wie hier eingeschaltet das ist der fahr modus der editier modus wie hier eingeschaltet der muss halt entsprechend immer aktiviert sein dann kann ich halt mit diesem fenster hier mit dem pfeil oder mit den pfeilen kann ich dieses fenster aufziehen kann das dann mit der ctrl string taste kopieren und mit der ctrl v taste kann ich das kopieren und ich habe dann diesen blog kopiert und kann ihn weiterverwenden so okay wir machen das mal wieder weg das nur zur erklärung also das geht nur im editier modus und nicht im fahr modus was ja auch sinn macht gut die blöcke 1 2 und 4 5 lassen wir mal so ich wollte jetzt an den blog drei ran und wollte einfach mal dann die rückmelder da aktivieren dazu machen wir mal folgendes wir nehmen mal hier diese und ziehen sie etwas hier rüber sagen wir mal wir machen uns ein bisschen platz diese das machen wir hier genau so ziehen wir uns auch ein bisschen darüber und machen noch ein bisschen platz so und dann mit gleisen geht das ja ratzifatzi da haben wir hier wieder ein paar gleise rein und dann sind wir schon wieder fertig damit und in gleicher weise weil wir jetzt gerade so schön hier dabei sind gehe ich auf zubehör und wähle mir hier kontaktmelder und dann kann ich praktisch eins zwei drei hat man gesagt brauchen wir drei kontaktmelder möchte ich haben und diese kontaktmelder die sollen dann praktisch in diesem block drei aktiviert werden oder die drei kontaktmelder sollen halt den block drei aktivieren so wäre es richtig rum ich kann natürlich auch die müssen jetzt nicht hier auf den gleisen sitzen ich könnte jetzt natürlich auch das so machen könnte sein der kontaktmelder hier sitzt hier und der kontaktmelder sitzt dort an der stelle oder sagen wir mal so nein das würde das vielleicht ein bisschen sinnvoller machen was nicht geht ich kann ihn nicht da drauf schieben also deswegen habe ich es bei mir so gemacht ich verwende ihn einmal hier und einmal da und einmal sagen wir mal hier nochmal dann wobei der mittlere dann halt der brems block ist und der linke beziehungsweise der rechte vom block wären dann halt die stopp blöcke so die muss ich erstmal belegen das machen wir mal doppelklick wie gehabt ich wähle einfach mal den rückmelder 10 einfach nur damit ich eine andere adresse bekomme gehe wieder auf den mittleren bus erstes modul die adresse nummer 10 und sage enter dann haben wir den schon das gleiche machen wir hier den rückmelder 11 den anschluss link mittlerer bus 1 und gehe dann hier auf 11 ich kann auch hier hoch zählen so ok und die nummer drei wäre in dem fall der rückmelder 12 anschluss wieder mittlerer bus 1 und wir machen hier wieder 12 draus so und ich sage ok und damit habe ich meine drei rückmelder schon heißt rückmelder 10 rückmelder 11 und rückmelder adresse 12 so jetzt machen wir hier einen doppelklick auf den block 3 der heißt noch block 3 nach wie vor wir gehen auf den block editor und wir gehen jetzt hier auf aktivieren mehr oder weniger oder ist ja schon aktiviert und wir gehen jetzt nicht auf dieses feld hier sondern wir gehen auf dieses feld für den existierenden melder einfügen weil der existiert jetzt weil wir ihn gerade angelegt haben ich gehe hier auf kontaktmelder und siehe da ich habe mein rm rückmelder 10 der schon da den kann ich jetzt darüber schieben so ich gehe da wieder drauf nehme den kontaktmelder 11 komm schon was machst du denn jetzt hier für eine show also wir machen das noch mal also doppelklick marka nicht habe ich festgestellt an dieser stelle warum mache das nicht wir gehen dahin wir nehmen den ok also noch kein an der stelle kein doppelklick habe ich gerade festgestellt so wir nehmen den wieder den elber den ziehen wir dort hin ich bin zu schnell in dem fall damit so ja und dann gehe ich dahin und sage den und das ist dann der zwölfer und den ziehen wir darüber machen ihn etwas kleiner den elber den ziehen wir dort hin den machen wir ein bisschen länger da müsste das jetzt der 10 sein das wäre der elber und das wäre der zwölfer so möchten wir es haben kein doppelklick hier jetzt sondern ein ok hätten wir gerne also ok so damit wäre der block 3 gesetzt was wir jetzt brauchen noch damit wir fahren können oder damit es funktioniert wir bräuchten jetzt halt auf dem mittleren brems rückmeldekontakt ein bremsanzeige für oder eine bremsaktivierung von links nach rechts das wäre diese hier und wir bräuchten eine bremsanzeige von rechts nach links und wir bräuchten entsprechend für die fahrtrichtung ein stopper hier und wir bräuchten hier ein stopper für die andere seite heißt also wir würden hier bremsen wir würden hier stoppen wenn man mit der zugspitze da wären und was nehmen wir da also hier habe ich schon mal was ein vorbereitet hier habe ich schon mal 100 zentimeter eingegeben also die länge des gesamten blockes sagen wir mal wären 100 zentimeter das heißt wir hätten sagen wir 20 und 60 und nochmal 20 wären wir bei fast genau 100 zentimeter also würde ich sagen wir machen hier bei der brems markierung eine rampe von 60 zentimeter hin und wenn er runter gerammt ist also runter gebremst hat dann würde er hier stoppen weil hier das stopp zeichen kommt oder die halte markierung kommt so das gleiche machen wir für den bremser für die brems rampe machen wir auch wieder 50 60 ein und den entsprechend lassen wir da so schwähen auch mit der zugspitze passt schon ich kann natürlich auch die zugspitze noch variieren und kann sagen na der soll hier noch 10 zentimeter reinfahren also machen wir die distanz noch mal 10 zentimeter also würde er noch mal vom haltemelder noch mal 10 zentimeter reinfahren weil es vielleicht gerade besser passt also soweit das würde jetzt schon reichen das wäre unsere markierung dann hätten wir jetzt drei rückmelder auf einem block und wir könnten also mal loslegen meine züge sind wo da ist mein zug so den kann ich jetzt wieder nehmen und schiebt ihn hier rein wir können jetzt den editier modus beenden der ist raus so wir könnten jetzt in den betrieb gehen und ich könnte jetzt im prinzip mein simulator einschalten wo ist er da simulator läuft wir sind die steuernheit ist eingeschaltet im prinzip so wir könnten jetzt mit dem drag and drop fahren den aktiviere ich jetzt würde hier auf dieses diesen block gehen auf den block eins und sagen wir fahren von dort sagen wir mal hier rein in den block und wenn es denn losgeht jetzt geht's los dann werden hier gleich die beiden rückmelder rot werden der erste wenn er über die erste dann über die zweite über den mittelkontakt und über den dritten kontakt fährt bis dass er letztendlich auf auf diesem block eins sich befindet jo das war's schon mit dem teil vier also rückmelde rückmeldekontakte belegen drei rückmeldekontakte in einem block einfügen geht ganz einfach und schnell wie eigentlich alles bei freiwald und ist eine super sache funktioniert tadellos man kann es später ändern und so weiter und so fort ach so fällt mir gerade noch was ein bevor ich den schluss mache hier wenn wir noch mal auf die an sich gehen auf den editier modus ich kann natürlich alles ändern ich kann natürlich auch zum beispiel meine rückmelder verschieben so ich kann sie auch rauslegen und kann sie irgendwo hin packen und kann sie dann wieder auf das gleis setzen weil sie ja zum beispiel verbunden sind jetzt mit diesem block wie ihr schon seht wenn ich den verschiebe hier dann passiert erstmal nichts wenn ich ihn aber hier lösche mit entfernen dann entfernt er zum beispiel den ganzen rückmelder und das gleis also das ist auch eine sache die man wissen sollte ist nicht weiter schlimm weil ich kann ja wieder ein neues gleis einfügen der rückmelder ist gelöscht wenn ich das aber alles nicht haben will dann kann ich zum beispiel auch mit der string z mit der normalen rücksprung taste so wie es oft verwendet wird in programmen kann ich das alles wieder rückgängig machen ok jo das war es dann jetzt wir gehen wieder aus dem editier modus raus wir könnten fahren und ich melde mich dann mit der nummer 5 etwas später und dann geht es weiter euer radi bis dann tschüss jetzt